Und jetzt freue ich mich in unserer Mitte, das Burggräfler Trio und die Luise begrüßen zu dürfen. Eingefleischte Musikanten seins, die, aber darüber sprechen wir nachher, eines versprechen, Volksmusik mit Herz. Es war einmal ein kleiner blonder Hund, der hatte die Musik in seinem Blut. Und weil auch er ein Spieler wohl so schön und alle bezaubern, das war sein größter Wunsch. Sein Opa war einst sein bester Freund und beide freuten sich und übten nächtelang. Es war genau die alte Volksmusik, die beide so vereint, die im Herzen spürten sich. Der kleine Mann wurde größer Tag für Tag und spielte so, wie keiner es vermag. Und war es auch noch so schwer, er gab nicht auf. Er wollte beweisen, was alles in ihm steckt. Die Zeit verging, sein Wunsch hat sich erfüllt. Die Welt hat er gesehen, gespielt fast überall. Und denkt er heut, zurück weiß er genau. Und sagt auch voller Stolz, ich bleib treu der Volksmusik. Es ist genau die alte Volksmusik, die wir so sehr lieben und die von Herzen kommt. Es ist genau die alte Volksmusik, die wir so sehr lieben und die von Herzen kommt. Das ist genau die Volksmusik.